Hallo, heute ist Mittwoch, der 13. Februar 2019. Wir klären heute mal das Skigebiet Kanzelwand auf der österreichischen Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Der Tag ist um. Jetzt sind wir noch mal runtergefahren bis zur Teilstation Schellhorn. Und hat gereicht heute. Ja, war zum Teil ein bisschen eisig und unten harschig. Knochenbrecher Schnee. Ja, ist warm geworden. Es fühlt sich. Also, bis morgen. Ciao.